Aber den auch noch? Oh ne! Wieso? Okay, das müssen wir jetzt klären. So, ich will noch... Deinen Kopf will ich! Deinen Kopf will ich unter meinen Darts! Hallihallo und damit auch mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Episode Happy Wheels. Am Dienstag. Das heißt, wir gehen jetzt auf Browse-Levels. Ich stelle natürlich auch ein auf Playcount und This Week. Und da sollten normalerweise jetzt nur noch neue Level sein, weil ich ja zwei Wochen lang nicht gespielt habe. Und ja, das finde ich irgendwie ein bisschen geil, ne? Demonic Asylum oder Asylum, das spielen wir jetzt. Und fangen einfach direkt an, ne? Also wenn das jetzt nicht blau sein... Ah, okay, super. Maus direkt mal rausnehmen und dann kann es anfangen. So. Irgendwie... Leck... Achso, ja. Ich muss hier den Dust anmachen. Aber es laggt hier total auf der Karte. Es ist immer so schön, Leute. Oh, fuck. Na, halt. Okay, ich bin ein bisschen behindert. Aber nur ein bisschen. Ui, es ist auch voll laut, finde ich. Alter. Das laggt wie sonst das bei mir. Ich wünschte, ich wüsste wieso. Ich wünschte, ich wüsste wieso. Warte mal kurz, ich habe mir ganz kurz was geschlossen. Aber das sollte es nicht besser machen. Oh, man kann auch hier unten lang. Dann gehen wir hier lang. Okay, das wusste ich jetzt gerade nicht. Hat sich gerade nur so ein bisschen ergeben. Und diesmal sterben wir nicht im Fahrstuhl. Oh, super. Yo. Okay, wir fallen runter. Dann hätte er, glaube ich, auch rübergehen können. Nein, 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 nein. Nein, geh hoch. Scheiße. Okay, Leute, wir bleiben mal oben. Jetzt fahren wir mal nach oben. Mal schauen, ob wir dann ein bisschen Glück haben. Wir können doch gar nicht Glück... Ah doch, wir könnten kurz fahren. Okay. Oh, ein Schlüssel. Okay, den konnten wir nehmen. Super. Aber das Level ist richtig cool gemacht. Okay, jetzt sind wir hier. Ja, und unser Kopf ist einfach abgefallen. Und da vorne war sowas Lender-artiges irgendwie. Oh, das war ein Boss. Schön, dann wisst ihr ja mindestens, dass wir hier weitergehen müssen. So. Gehen wir wieder hierhin hoch. Ich will das Level irgendwie schaffen. Ich weiß nicht wieso. Aber das ist auch echt cool. Und im Übrigen, das ist ja auch mal wieder tagesaktuell, muss ich auch mal sagen, ich war vorhin auch nochmal auf dem letzten Dücker ein paar Geschenke mit meiner Schwester kaufen für Weihnachten. Normalerweise machen wir das nicht auf dem letzten Dücker, aber heute ging das halt nicht mal ein bisschen anders, ne? Und es dann... Keine Ahnung, es ist ein bisschen stressig. Vor allem, weil auch so viele Menschen... Man ist ja nicht die einzige Person, die dann irgendwie an dem Tag was kauft, ne? Hä? Können wir den umbringen? Irgendwie. Ja. Oh, oh, er hat Angriffe. Ja, hä? Wie greift man den Typen überhaupt an? Verstehe ich nicht. So. Leute, wir nehmen jetzt nochmal Anlauf. Und dann nach oben. Alter. Die müssen irgendwie in die Nähe seines Kopfes kommen, glaube ich. Das ist aber echt anstrengend. Oder müssen... Oh, 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 oh. Er schmeißt Sachen auf uns. Und wenn ich jetzt sterbe, mache ich es dann wirklich nochmal wieder so anmerken, weil es hier irgendwie so Slow-Mos-mäßig ist. Alter. Ja, ohne Füße geht das. Ohne Füße haben wir einen besseren Boost nach oben. Ist ja ganz gut. So, jetzt geht es hier. Alter. Yo. Alter. Das ist eine richtig geile Karte irgendwie. Ich will jetzt nicht sterben wie der Fahrstuhl. Das wäre echt peinlich. So. Immer die zwei Richtungen. Das macht mir so Angst. Hä? Okay. Man kann anscheinend nicht nach hinten. Yo. Okay, wir gehen jetzt schnell durch das Blut. Das heißt, nichts Gutes. Alter. Nein. Was ist das für ein geiler Boss, Alter? Okay. Ich muss mir seinen Kopf zepfen. Aber wenn ja, ist es echt anstrengend. Oh, wir fahren durch. Aber das geht nicht. Aber wir haben ihn schon einmal besp... So. Ich sag's dir, mein Kollege. Wenn der Kopf vorausgeht, ist nicht so schlau, aber ist mir egal. Wie soll man den denn damage'n? Kann mir das einer erklären? Yo. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit dem Level, ne? Aber es ist echt cool gemacht, dass es da mehrere Bosse und sowas gibt. Aber es müssten da auch Checkpoints existieren, weil... So ist das ein bisschen problematisch. Ich sag's mal ein bisschen. 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 Not easy challenge. Das machen wir jetzt. Weil's halt not easy ist. Okay. Nein! Okay, dann stupper'n glaube ich. Oh, ja. Okay, diese not easy challenge habe ich nach dem zweiten Versuch geschafft. Beziehungsweise nach dem ersten Versuch, weil der erste ist halt gescheitert. Und dann hat's geklappt. Little big problems. Ist jetzt das nächste Level. Little big problems. Smelly presents. Irgendwie voll cool. What the hell? Dad, what happened? Wait, what are you doing here? I was sleeping with you. I had a nightmare. I don't care. You can sleep with us. Okay. Jo, irgendwie sind wir dagegen dann so winzig. Ich glaube, wir hätten da drüber springen sollen. Egal. Hier unten können wir auch was machen. Hier geht's entscheidend so ein satten Loch. Alter, wie geil diese Map designt worden ist. Ich frag mich immer, ob das einzelne Personen sind, die daran gearbeitet haben oder ein Team. Wenn die Maps schon so cool aussehen. Echt. Oh. Editor-Menü. This is my best level in Happy Wheels. I was working in this five hours. Really, what happened to Happy Wheels? Das ist so cool. Das ist so cool. So, weiter geht's. Hä? Was? Ey, das fand ich jetzt echt blöd, dass ich da gerade gestorben bin. Wir machen das jetzt nochmal. Aber wirklich nur noch einmal, weil dieses Level dauert lange. Und wenn ich jetzt wieder sterbe. Weshalb auch immer. Okay. Hier haben wir schon alles gelesen. Oh, wir müssen das lesen. Ich bin gezwungen. Ja, Timmy muss sterben. So. Jetzt dürfen wir gehen. So. Hier kann man drüber gehen. Ja, okay. Jetzt nehmen wir... Oh. Gibt's sogar... Nein, nein, nein! Ja, genau. Jetzt falle ich einfach sonter, weil da eine unsichtbare Mauer war, man. Und da wollte ich die Story noch weiterlesen. Egal. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Da lag irgendwie noch Kot von den Ratten. Habe ich davor auch nicht bemerkt. Und... Oh, ja. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter, Alter. Sack. Boom. Nichts kann mich aufhalten. So. Anscheinend war... Diese Steckdose. Das Schlimme. Vielleicht müssen wir hier runter. Oder auch nicht. Man musste irgendwie darüber kommen. Aber ich bin da letztens gestorben. Ja, geil. Dann haben wir hier verkackt. An dieser Stelle. Weil ich komm hier nicht mehr raus. Ich will noch sterben. Ich will noch sterben. Oh, so. Super. Jetzt hauen wir hier ab. Und spielen Castle Siege. Auch wenn es ein bisschen falsch geschrieben worden ist. Aber egal. Nehmen den Fahrradmann. Kill all elves and make honor to irresim... Irresponsibilität. To fight. Zack. Oh, ja. Nochmal richtig schön den Kopf zermatscht. Oh, den haben wir nicht richtig umgebracht. Aber den auch noch. Oh, nee. Wieso? Okay, das müssen wir jetzt klären. So, ich will noch... Deinen Kopf will ich... Deinen Kopf will ich unter meinen Draht. Nein. Nein. Oh. Lass los. Lass los. So. So haben wir die Axt auch nochmal wegbekommen. Oh, nee. Und... Zack. Oh, ja. Oh, ja. Nein. Nein. Oh, ich dachte da muss man rüber springen. Nein. Enemy is coming. Oh nein, nein, nein. Nein. Alter. Oh, nee. Oh, nein. 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 Da hinten war das Ziel. Ja, aber ich sah schon kommen. Da, wo halt der Speer schon in meinem Bauch war, war es eigentlich vorbei. Oh, Mann. Aber cooles Level. Say the old man. Ne, will ich nicht. Troll. Wir spielen jetzt noch ein schönes Troll-Level. Oh, yeah. Ja. Die sind eh nicht echt. Ist ja klar. Oh. Eine war echt. Trollolololol. Uiuiui. Das ist kein echtes Ziel. Ist ja klar. Ui. Wie alt verarscht, ey. So, ganze Zeit Ziele. Alter. Okay, nochmal. Nochmal. So, kann man hier sterben? Hä? Hä? Vorhin wurden wir abgeschossen. Hä? Jetzt war hier das... Was? Greenstone. Leute. Oh, hier hinten gibt es auch eins. Nope. Habe ich davor gar nicht gesehen. Hä? Manchmal aktiviert sich hier zum Beispiel eine Harpune. Manchmal wiederum nicht. Woran ging hier unten das Ziel vor allem nicht? Hier, wartet mal. Geht das Ziel hier? Hä? Hä? Wieso hat das gerade eben funktioniert? Okay. Okay. Muss ich das verstehen? So. Hier war so eine böse Wand. Das ist jetzt hier irgendwas komisches. Was auch immer das ist. Hier funktioniert nur das Blaue. Auch wenn es cool... Oh, ne. Hier funktioniert jetzt das Gelbe. Das ändert sich jetzt immer anscheinend. Ist auch cool gemacht. Und das ist jetzt das echte Ziel. Oder nicht? Ne. Oh, oh, oh. Mann. Sowas ist auch schrecklich. Ja. Da kommst du nicht durch, ne? Oh, doch. Komm mal. Oh, ne. Ey. Ich seh ja nichts. Oh mein Gott. Hä? Das sieht doch voll cool aus. Yo. Kommen diese Stacheln. Sieh auch cool aus. Die Map ist allgemein irgendwie ein bisschen cool designt. Obwohl das keine... Obwohl das hier kein heftiger Hintergrund ist. Wurde es cool gemacht. Hier ist echt das Ziel. Immer noch nicht. Okay. Please raid. Oh, hat er aber cool gemacht. Hat er echt cool gemacht. Aber wieso hatte ich letztes Mal also... Ich hatte beim zweiten Versuch, glaube ich, ähm... Einfach das Ziel davor bekommen. Weshalb auch immer. Obwohl man da eigentlich nicht ins Ziel kommen sollte. Kann mir jemand erklären wieso? Dann schreibt es unten in die Kommentare. So. Can you survive? Red. Nein. Dangerous speed. Das spielen wir jetzt. So. Oh nein. Du musst uns festhalten. Halt mich fest. Halt mich fest. Halt mich fest. Oh nein. 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 Wir können uns nicht mehr festhalten. Meine Arme. Aber wir leben noch. Auch wenn ein Bein zwischen unserem Hals steht. Aber wir haben unser Hals. Nein. Okay. Jetzt sind wir eindeutig tot. Scheiße. Scheiße. So. Egal. Aber es war jetzt nur so ein Level. Jetpack Run. Oh yeah. Oh yeah. JB. Good. Average. Nice. Awesome. Nice. Epic. PewDiePie. Ist mega geil. Master of Happy. Das waren davor, glaube ich. So. Awesome. Epic. Pro. Die anderen Sachen kann ich gar nicht mehr lesen. Oh yeah. Oh. Aber es war irgendwie am Ende richtig laut mit dem Ziel. Bestimmt wird da mehrere aufeinander gesteckt oder sowas. My blood for final. My blood final. Blood meant. For all characters. Good luck friends. Okay. 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 It's. 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 Das war easy. So. Dann würde ich sagen noch ein kleines. Abschluss. Ähm. Abschluss. So. Und. Jai. Jai. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh. Nee. Komm schon. Oh. Ups. So. Ne. Jetzt machen wir es richtig. Zack. Zack. Jabi. Äh. Und dann hier. Zack. Und. Oh. Wie nett. Was für eine. Freundliche. Geste. Mann. So. Zack. Zack. Oh. Durch seine Beine. Und dann hier den. Ah. Was. Da oben ist ja noch was. Nein. Wir verlieren alles. Kill him from us. What. Assaults. Egal. Leute. Dann würde ich einfach mal sagen. Oder ich würde behaupten. Oder ich würde vermuten. Das war's für heute. Und. Joa. Falls euch diese Episode gefallen hat. Würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns morgen wahrscheinlich bei einem neuen Super Smash Mops Update. Und wünsche euch natürlich auch nochmal schöne Weihnachten. Äh. Frohe Feiertage. Auch wenn ich das morgen so nochmal sagen werde. Na aber. Joa. Tschüss. Reingehauen. Und auf Wiedersehen.